Was geht ab ihr Zocker? Und ich habe das unverschämte Glück bekommen, einen Beta-Key zu kriegen von Chivalry 2. Wer das Spiel nicht kennt, wir machen es mal ganz einfach zu beschreiben. Das ist Battlefield, aber mit Rittern. Und wir werden jetzt gleich ein bisschen Gameplay zeigen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel, ohne Scheiß, ich habe Chivalry 1 ja mal gezockt. Das war okay. Aber der zweite Teil, der hat mich jetzt wirklich überzeugt. Und ich habe mich da wirklich erwischt, wie Spaß ich da habe eigentlich. Und das kommt nächsten Monat oder beziehungsweise übernächsten Monat raus. Das ist am 6., also im Monat 6. Und wer euch das aufgefallen ist, hier ist so ein schön rasierter Babypopo. Ich hoffe, ihr kennt mir gleich den Penner noch, der dann hier so überall Barthaare hat. Alter, halt die Fresse und zeig uns jetzt nicht Gameplay. Okay, okay, ich höre ja jetzt schon auf und lege mit dem Video los. Meine Fresse, Alter. Ich habe bei der Story schon ein paar Sachen übersprungen, weil ich es irgendwie nicht auf die Kette bekommen habe. Das sind ja gute. Wir fangen, glaube ich, mit Team Deathmatch an. Robin, du musst unbedingt das Tutorial spielen. Robin, zu blöd fürs Tutorial. Mach Kombo. R2, L1 und R1. Freckle Punch, Wasserkopfnuss, Roundhouse Kikeriki. Aufhören, sofort! Hat es irgendwie nie funktioniert. Der Timer steht schon auf 21 Sekunden. 23, 23, 24, 25, 26, 27. Ey, drei Sekunden, das geht aber. Junge, schneller als Call of Duty. Oh, wir spielen die Schlacht von Warden Glade. Ey, Digga, Alter, das ist eine Beta und läuft flüssiger und besser als Call of Duty nach einem Patch. Nein, einfach mal so große Publisher-Spiele ranten am Anfang. Don't play on Patch Day. Erste und wichtigste Devise. Freuen wir, wenn es um Call of Duty geht. Wir spawnen in 9 Sekunden, Alter. Komm, Robin, in die Schlacht. Kammer, Ding, komm mal, werf, komm mal. Das ist keine Waffe mehr. Bist du bescheuert? Jetzt wirft alles weg. Der wirft alles weg. Ich hab einen getroffen, ja? Das ist das Wichtigste. Einfach in die Menge rein. Oh, ich hab voll das Ball gekriegt. Ich hab mein Eingang gehauen. Stech dich ab. Der hat geblackt. Ich bin tot. Mit nur einem Schlag. Verdammte Scheiße. Ich bin so ein Idiot. Ich hab mein Eingang getötet. Kommt her, Hellbaden-Kämpfer. Oh, ich stech dich ab. Ah, Mann, da kommt. Gegenangriff. Ja, ich hab's geschafft. Oh, ich hab's geschafft. Ja, das war ich. Du hast noch was mit dem Lacken gehauen. Was bist du für... Obwohl ich hol's die Fresse. Und ich hab einen getötet von unseren. Was sagst du? Oh, von der Seite. Das ist geil, Alter. Habt ihr das gesehen? Komm her, Helmspalter. Oh, gut gemacht, Robin. Nein, ich will nicht sterben. Oh, stopp. Ich hab was geworfen. Aufnehmen, was ist das? Verbandszeug, achso. Hä, warum kann ich ein Verbandszeug werfen? Ah, boah, war das knapp. Du Arschloch. Ah. Oh. Überkopfi. Lass mich ran. Die hast du wieder geschmissen, ne? Was? Wie hast du das hier geblockt? Oh, Junge, Junge, Alter. Überkopfi. Oh, jemand hat den Pfeil abgeschossen. Komm her, Peter. Oh, von hinten. Oh, Junge. Ihr Wichser, lasst mich in Ruhe. Ihr seid zu zweit. Wart auf. Ah, geblockt. Er hat sich eingepackt. Nein, ich bin tot. Ich lobe doch keinen, der mich umgebracht hat. Wie seid ihr denn drauf? Ich stech dich ab, am an der Köln. Ja, nur sieh, Alter. Du bist tot. Aua. Komm her mit deinem Bastel. Aua, scheiße. Ich hab mein T-Mate getötet. Uff. 12 Sekunden später. Gattin, nur deinen Weg. Toll, ich wollte gerade den Bogen spielen. Wie kann denn einer schon Level 54 sein, Alter? Wir kämpfen jetzt auf dem Turnierboden, echt? Ich sag halt, geil, was passiert? Ich hab halt den Kopf abgehackt. Ich hab jetzt den zweiten Aufnahmepart gestartet und du hast schon wieder mit einem COD-Rent begonnen, ne? Ach, was für ein Rotz. Ich hab mir die Schulter gelegt und den Zug getapultet. Irgendwann hab ich mich rufen, ja. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Boah, hab ich eins zerstückelt. Da hat mir mein eigener in den Rücken gestroffen. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß, du bist ja tot. Alter, ohne Scheiß. Unsere Leute sind dumm wie Scheiße, ne? Aaaaaah. Och, warte, von hinten hat mich einer gekämpft. Okay, jetzt nehm ich mal meinen Axträger hier. Jetzt kannst du schon klasse nehmen, ne? Wenn du Options drückst. Nehm ich direkt mal vor Hut den Verwüster, Alter. Der sieht doch geil aus. Ey, komm mal. Warum joinen wir eigentlich immer nach und sind am verlieren? Äh, hier machen wir jetzt mal einen kleinen Disclaimer. Es gibt nur zwei Farben in dem Game und ich schaffe es echt, die nicht auseinanderzuhalten. Wir sind ausnahmsweise mal, ja, der, der mich kennt, weiß, ich hab eigentlich mehr Pech als Glück, sind wir zu dem Team gejoint, was mal oben war. Wie gesagt, das wird jetzt so ein kleiner Insider im Running-Gag. Das passiert mir öfter. Die haben so viele Bogenschütze, Alter. Aua! Ach komm, du dreckiger Bogenschütze. Selbst hier in dem Spiel fangen wir an zu snipen. Was labert der da? Willkommen zu Robin. Oh, ja. Stirb! Oh, fuck. Oh, fuck, da hat die meine geholfen. Ey, was? Ich bin bezwungen. Wo wart ihr denn alle wieder? Was? Schon wieder tot oder was? Schon wieder? Ich bin das erste Mal gestorben, blöde Fotze. Ich werde von zwei Leuten gut. Jetzt bringe ich einmal ein, um und werde umgebracht. Ja, komm her. Ich hab keine Ahnung. Okay, der Schrei ist ja mal... Hoppla! Ja, ich stech dich ab, Mann. Aber da kommt ein Messer. Ja, Messert ihn. Gib mir meine Axt wieder. Ah, Mann! Wer greift denn wieder an? Wo ist meine Axt, Alter? Ich brauch meine Axt wieder. Ich hab nur so ein Messer jetzt. Oh, ich schreit's mal mit, Alter. Ja. Oh, aber da kommt ein... Junge! Das ist so unfair. Ich will mit einem Messer gegen... Ach, komm, ich kann nix machen, Alter. Oh, ja, warum hat mir der Kopf abgehackt? Das ist so unfair. Wer hat denn Feuerpfeile? Oh, hart, 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 hart. Hart, hart, hart. Ach, du musst oben drücken, Robin. Wenn du oben drückst, dann zieht er sich die Pfeile ab und versuchst, sie zu löschen. Wir haben gewonnen. Wir sind die Blauen. Ich hab das gar nicht gecheckt. Digga, ich stehe ganz groß drauf, Sie. Tim, ich bin... Äh, nee, du. Lass mal stecken. Dann nehmen wir jetzt mal den Ritter. Eine Minute, 37 Sekunden später. Was haben wir denn hier? Ein Brandeisen, Alter. Jetzt sind wir rot... Was sind wir jetzt? Rot oder blau? Ah, rot. Stört Brandeisen! Nope. Ach, der hat das gekontert. Ah! Komm her! Ah, gekämpft! Da hat mir irgendeiner den Kill geklaut. Ich hab ein langes Schwert in der Hand. Äh... HRAAA! Ja, Vorhut! Stirb! Ich bin der beste Schwertkämpfer! Alter, das ist so ein cooles... Ey, ohne Scheiß, ich liebe das Gameplay, ne? Ich muss mich heilen, Alter. Aua! Wer hat mir denn damals... Alter, ich hab ne Balliste! Baller, stell dich nicht so an, kein Grund zu heulen. Kann ich noch aus. Ah, scheiße! Junge, schon wieder so ein Scheißbogen, ne? Ah! Hast du mir den gerade? Du Drecksau, Alter. Obwohl, was freu ich mich eigentlich? Wir sind ein Team. Angriff! Komm, Sir Luselot! Au! Oh, was war das? Ach so! Oh, fuck! Nein! Ich hoffe, ich bin Jungs! Wo seid ihr? Was ist das denn hier? Eine Axt. Nicht schlecht, Alter. Ich hab dem voll die Axt in die Fresse geschmissen, wie geil! Äh, ich bin... Oh, Junge, nicht schlecht. Alter! Du musst verstellen, wie viele Leute hier sind, ey. Wie viele Tote. Das hat wirklich eine gute Schlacht auf sich. Kriegshorn, Jungs! Ach so, halt, Mann, okay? Halt. Ah! Oh! Ich hab einen getötet und hab mich selber weggehauen. Ah! Hab ich dich getötet, Alter! Abgestochen hab ich den! Oh! Den tötest du nicht! Wir haben einen abgestochen. Alter, das wird übel. Ah! Oh, schade. Ich hab die Seite wach... Ich hab hier entwappnet! Ah! Ach, wir haben gewonnen? Wie haben wir das denn gemacht? Ach, wir waren roh... Ich... Ich sag mal jetzt nicht. Alter, in dem Spiel bin ich so lost, Alter. Ich glaub nicht, wer wir sind. Ich dachte, die ganze Zeit, wir werden verlieren. Ich wusste am Anfang auch nicht mehr. Ich bin auch da, dass ich ein Gesicht erinnere, damit ich meine Farbe sehen konnte. Wie funktioniert das? L2 zielen und dann... Was ist dein R2? R2 schießen. Aber der steht doch bei L2, wenn du loslässt. Ja, ja. Äh... Ah! This is my first time! Ah! Nein, was rennt's da? Ah! Ich unterstütze dich! Oh, er ist tot. Ah! Ah, Henni! Juhu! Nehmt mich den Snipergott. Fuck! Au! Messer! Ach, scheiße. Es ist spät. Lass dich! Au! Ich bin doch nur ein Bogenschütze. Eine Vorschlagkammer. Was? Was ist eine Feuerschale? Da kann ich meine Pfeile anzünden, oder was? Ja, ja. Die nächste hat vor dich ab. Ah! Eine abgedragene Schuld an der Gesellschaft später. Ach, komm, Alter! Und dann werde ich getötet. Der Schrei... Alter, weil der schreit so komisch. Ach, fuck, Alter. Ich bin so ein guter Bogenschütze. Henni! Den hab ich auch! Aua! Oh, die Hunde geaxtet. Mann, ich hasse das. Du musst aber wirklich als Bogenschütze entweder wirklich weit hinten stehen und gut schießen können, oder du musst so schnell wie möglich weg. Hast du hier gar nichts zu holen. Ab ein. Du musst jetzt nur so... Ja, ab ein! Mit dem Handy. Du willst ja Pfeile. Nein, ich mach nur Kampfschrei, wenn ich Pfeile einsammeln will. Oh! Oh, ich bin down! Bogenschütze down! Ah, der hat mich wiederbelebt. Danke. Best Buddy. Oh! Darüber darfst du raten, wenn er eine Armbrust bekommen hat. So, wie funktioniert jetzt die Feuerschale? Hier hinlegen, ne? Ach so, dann muss ich nur mit meinem Pfeil dahin stellen, oder was? Ja. Oh. Darüber darfst du raten, wenn das er das nicht machen sollte mehr. Brennen! Jawohl, er brennt. Einmal anbrennen. Jetzt gibt's roten Braten! Er brennt wieder. Ja. Brennen! Iiiiih! Hab einen! Ich hab vorher die Runde auch mit den Gegner zusammengestellt, weil ich... Hab noch einen angehtet. Hab noch einen. Oh! So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Haben wir gewonnen, oder was? Nee. Okay, in dieser Lage. Hab ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich Chivalry 2 wirklich gern mag und das wirklich eine sehr geile Beta ist. Ich hab jetzt nur Team-Death-Matches gespielt, um ein bisschen in die Combat-Mechanik reinzukommen. Es wird noch ein weiteres Video dazu folgen. Dann gehen wir mal so in diese... Ich nenne es jetzt mal Eroberung, wo man verschiedene Missionen haben sollte. Das sah auf jeden Fall auch interessant aus. Gucken wir uns dann mal an. Was haltet ihr bis jetzt von dem Game oder von dem Gameplay, was ihr gesehen habt? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Gaming-Sachen hier mehr verpasst. Und ich sag noch Tschüss, bis dann und habt noch viel Spaß beim Zocken. Mal Ready? Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.